Freitas arme Walther, äh, will euch was zeigen. Aha. Loi. Einzhaft! Putt putt putt. Alter, hab ich hier echt. Rauscher Baumstaben. Hey? Findet weitere Tiere des Walthers. Aha. Alter, hab ich da für eine Daily rausgesucht. Die nächste such du raus. Alter. Also, das ist, äh, das ist krank. Ein Hinterhalter-Spinnen, oh nein! Sonst nichts ist, also... Drei Bällen, hallo? Ernsthaft? Boing. So. Befreit ein Tier aus einem Kokon. Ein weiteres Tier aus einem Kokon. Na, also. Zappelnder Kokon. Ach, cool, ich glaub, die brauchen wir nur... Ja, genau. Da brauchst du das nur zu machen, oder ich? Der glückliche Bär möchte, dass ihr im Volk... Äh, einem Bär würd ich nie folgen. Oh, doch. Ja, was ist, wenn da ein Pädobär ist? Ja, und? Einen Tag. Machst du mal kurz ein Bücklegen und dann ist gut. Ja, super! Muss nur aufpassen, dass das Kreuz nicht durchsprecht beim Bücken, ne? Ja, ja, genau. Na? Machst du vor ein paar Dänenübungen, dann geht das. Ja, die nenn ich Pädobär-Alarm, ey. Hahaha. Naja. Der freundliche Pädobär im Wald. Na? So, jetzt befreuen wir das nächste Tier in der Zeit. So, bohrt. Und, was haben wir diesmal? Ach, guck mal, dein Bruder. Oh, ja. Das ist schon nett, aber die will ich nicht mehr. Hahaha. So. Möchtest du euch etwas zeigen? Ja, das wollen sie alle. Oh, ich kann ja... Wollen uns alle was zeigen. Jeder will uns was zeigen, ja. Ein Stein sieht anders aus, als der letzte. Der wilde Sau. Hm. Loi. Roter Schutzstein. Alter, also heute, ihr seid auch soweit von durch. Wird hier eine Quest benötigt. Okay. Oh, jetzt haben wir ja auch noch so, so, äh, Spinnviecher hier, ey. Ich spinne wohl. Hahaha. Boah, die Witze werden immer schlechter, ey. Hahaha. Wir halten jetzt ein Level, was willst du denn? Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, das ist, äh, wichtiges Serraza-Niveau, ey. Hahaha. Ah, Paul, den guck ich gerne, ey. Der ist, äh... Ja. Der schaust. Was? So, what haben wir denn hier? Verteidigt euch gegen die Mutterspinne. Was? Was? Okay. Ja, komm mal her, Mütterspinchen. Ach, ich hab gerade auch noch mal. Doppelt gemoppelt hält fässer. Wir haben die Doppellochstute mal eben ausgepackt hier. Alter Schwede, ey. Mal sehen, ja. Aber instant, weißt du so hintereinander, wuuu, wuuu. Und? Aktiviert die Säulen, okay. Was? Kann ich nicht aktivieren? Kann ich nicht aktivieren? Ich kann den Gegner jetzt nicht verwenden. Ey, warum kann ich den nicht verwenden? Ach jetzt, Feuersäule? Leuuu. Hä? Hä? Ruffel. Verabschiede dich von dem Waldhund. What? Ah, nett, hier. Schreite durch das Portal. Alter, das ist da. Das war jetzt, äh... Die Daily hat mal was. Crazy. Die Daily Foundry hat was. Auf jeden Fall, ey, mit dem Bedo Bär. Weil der Typ, der die geschrieben hat, da eindeutig einen Dachschaden. Ja, eindeutig. Aber es geht noch weiter. Erkunde den Wald. Alter, nein, ey. Jetzt müssen wir noch mehr Pädobären suchen, aber... Hahaha. Redet mit dem Droiden abgeschlossen. Begebt euch zum Frostpotter. Alter, ey. Ohne Scheiß, ey. Der Typ, der hat da irgendwas geraubt. Alter, anders kann ich's mir nie erklären. Ach da. Ja. Begebt euch zum Frostpotter abgeschlossen. Ja. 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 Die hat Feuer. Hat Feuer. Wow. Das war schon... Also, ich bin am Schwitzen. Also, das ist schon... Ja. Es ist schon... Das war schon hart jetzt. Boah. Und schon, ich muss ja erst mal sacken lassen. Oh jetzt. Auf jeden Fall. Das war heftig. Was soll ich mit dir brennen? Da leckt mich doch am Arsch, ganz ehrlich. Ja, dann brennt es garantiert. Ja, auf jeden Fall. Das brennt dann aber zweimal. Vorher noch ein Päckchen Löwensenf hier. Der hat uns dann in den Hals reingekippt. Und dann geht das mal ab. So, Phil, das gibt jetzt kein Erfolg oder was? Läuft! Oh, ich habe mein erstes Gold gesammelt. Wow! Ein Gold, ein Silber und zwei Kupfer. Yeah! Läuft! Ein richtiges Portal der Untoten, okay. Gut, machen wir das mal. So, the next one, please. Nimm mal her, die Herrschaften. Alter! Alter! Wir kicken dir aber gerade ganz schön schnell um, ja, dass da so viel rauskommt. Ach, verdammt schade. Okay. Ach so, die müssen wir auch noch zumachen, ja, siehst du? Ja, sicher, das. Hast du bei den anderen auch nicht gemacht? Mach nicht jetzt so, als wärst du der klugscheißer Inbar-Pro-Gamer-Oberkacken da halt hier. Warte! Weiß ja, keine Ahnung, wie man gerade auspinkelt, hier haben wir aber einen auf den Dicken machen da. Ich bin der Dicke aus der V.O.W.-Folge von Source Parking Park. Habe ich es gestern gerade gesehen. Ich habe mir die gestern auch auf YouTube, wo ich mir die angeguckt habe. Ich habe mich nur kaputt gelacht. Nö, die sind im Fernseher gelaufen. Ich habe die, die am Ende da sitzen und einfach nur so blöd guckt, dann so, äh, weh, was, warum. Ja, genau. Das Beste ist Charme. Das Schwert der tausend war. Mama! Schüsse! Ha, 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 ha. So geil. Du wüsst mal, wie es größer lieblich. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Die Resume, die Grausamen. Alter, der Name ist Grausam. Ja, ich den. Komm, lass knacken, Schwester. So. So. Ja. Hup. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Gefällt mir irgendwie die Daily? Ja, irgendwie auch. Die ist zwar ein bisschen, äh, krank, aber ist okay. Boah, ein bisschen, aber... Ein bisschen, aber auch... Sagen wir mal so, wir haben schon eine schlimme gesehen. Das stimmt, Alter. Sooooooo. Hey. Schließt das den Mund, hör. So, schön viel Geld. Machen wir mal den Laden zu hier, genau. Der Dank der Droiden. Wir sind fertig. Ja, ich glaube auch. Ich fand die jetzt cool irgendwie. Das hat mir gefallen. Irgendwie war die richtig cool gewesen. Oh, gibt es sogar noch was für die Belohnung hier. Wunderbar. Ja, Fault Request bewerten. Die bewerte ich, die war cool. Trinkgeld. Hör, tonken. Geld kriegt er nicht. Könnt ihr euch in den Arsch schieben. Hihihi. Ungewöhnlich, auf jeden Fall. So, plops. Also, ich habe bewertet. Ja, save. F-drücken, go to next map. Ja, funktioniert nicht. Ja, habe ich gerade auch schon mehrmals gemacht hier. Nee. Komm mal hier irgendwo raus. Hurra, hurra. Ach, ich bin ich gerade auch. Platzköppe, lass uns raus hier. Jetzt feiern sie alle nur. Ja, warum geht man nicht? Keine Ahnung. Hier haben wir auch keine Parts, wo wir raus können. Heil mich nochmal hier um. Achso. Doch, um an der Map. Du hast an der Map, genau. Heil mich aber nochmal hier in kurz. Wunderbar. Ja, noch eine Quest fertig. Sehr schön. So, jetzt muss man hier Punkte verteilen erstmal. Achso, wäre wieder das alte Problem. Boah, wir können auch nur noch hochfressen. So, Talente. Regenerationszeit, Bedrohung. Schaden durchs Bereichskräfte. Da, boah, ja, schack, 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 so. Gut, wunderbar. Aber so lange, so weit sind wir gar nicht mehr davon entfernt, ne? Das Level 20 zu erreichen, also. Für eine veröffentlichte Quest drin gelten. Ich bin's noch schief mit noch Hoffel. Ne, so weit sind wir gar nicht mehr davon entfernt. Aber wie gesagt, ich habe auf der Bank auch noch ein bisschen Knete liegen. Ich kann ja noch ein bisschen was an das Zeug verkaufen. Ja, ich ja auch, also. Hab ich noch einen Ring an? Achso, ne. Vielleicht ist das hier, der, der... So, plus 18 Kraft nehmen wir noch nicht. Ne, ne, noch was abgeben, sag mal. Wieder oben bei dem, äh, bei dem Feldwebel oder was? Ne, ne, da haben wir ja noch Quests geholt. Ja, das stimmt. War das jetzt nur die eine Daily, die wir abgeben, Kunden immer? Jaja. Die eine Daily, äh, die Dungeon Daily hatten wir ja schon abgegeben. Ja. Oh, wo müssen wir denn hin, ja? Wo bist du denn gerade hingereist? Ich stehe noch, äh, in der Stadt, Trend. In der Protectors, dann klar. Achso, ja. Kost 1 Silber hier, komm, weg damit, da, so. Äh, Verteidigungsplatz ist das, ne? Genau, Lebensentzug, okay. Da presse ich mir jetzt mal eine hoch. Was ist denn gerade? Wumms. Äh, ich hab gerade eine neue Brustplatte angezogen, da presse ich mir jetzt mal kurz mal so einen höheren Edelstein rein. Achso. Dass ich mehr Lebensentzug, äh, skillen kann, sprich, äh, je mehr Damage ich mache, desto mehr heide ich mich. Ja, ja, warte mal, ich kann aber hier auch wieder bei Kräfte was raushauen, weil ich hab ja gerade wieder hier auf, aufstieg. Ja. War jetzt nicht Level 19, wie du, aber fast, also. So, wunderbar. So, ich hab mal noch eine Dreierruhne gebaut. Ich hab mal ein paar Runen hier auf Tasche, da kann ich ja mal eben, äh, eine reinschmeißen, wenn du willst. Dann, äh, ja, ganz kurz vor, Mann, lass mal kurz hier, guck mal dich hier aufwerten, ne? Fertig. Und die Brustplatte jetzt hier. Hallo? Hä? Hab ich jetzt? Ahne. Ach, jetzt hab ich eine ohne Rune an. Wenn. Ach, hier. Minus 55. Aktiv. Ich will aber trotzdem gehen. Ah, okay. Hm. 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 Lebensentzug, genau. Okay. Ja, das geht. Verlierst du mal ein bisschen Damage dann, aber die Heilung etc. ist dann alles höher. So, ich setze hier meine ganzen Runen hier gleich mal raus. Die kann ich dir dann mal alle instant geben. Ja. Kannst du mal gucken, was du dir noch hochpressen kannst. Theoretisch müsst ihr auch ein paar Runen sogar noch auf Tasche haben. Es hat ja einiges gegeben jetzt. Wir haben jetzt einiges zusammengepresst. Ja, dann geht mal rüber. Jo. Oh, ein kleiner Geier da. Hm. Äh, Handel, so. Hier in, wenn, da, dann. Zack. Und zack. So. So. Ja. Ungles Emblem, sehr schön. Das brauche ich nämlich für mein, ähm, Typik. Ja. Ich gehe jetzt mal hier im Daily rausschmeißen. Dann haben wir die auch mal erledigt. Ähm. Ja, hier haben wir Taschen aufräumen etc. Beruf ist auch gleich fertig. Wunderbar. So. Warte mal genau, da kann ich... Wunderbar, still. Wunderbar, still. Wunderbar, still. Wunderbar, still.